hallo und herzlich willkommen zurück zu disney dream light valley ja wir sind wieder zurück und viele aufträge haben wir nicht mehr wir haben nur noch mini maus ich schätze das sind ein oder zwei aufträge und die ist noch gesperrt sehe ich jetzt gerade ach so ja ihnen müssen wir noch leveln okay also wo die haben wir nicht wir haben tatsächlich nur noch mini maus aktuell und mit der werden wir heute auch definitiv weitermachen gameplayerin wusstest du dass es auf dem hauptplatz früher eine rustikale turmuhr gab sie war groß elegant und zeigte jeden die uhrzeit an sie sieht so aus als wäre sie während des vergessens verschwunden würdest du mir helfen sie zurück nach dream light valley zu bringen natürlich helfe ich dir wunderbar jetzt lass mich mal sehen sie war sehr groß und bestand aus steinen hartholz und leben und die uhrzeiger waren aus eisen vielleicht warst du nie dafür geboren zu herrschen ich hab grad schon sammer also ganz ehrlich disney was denkt ihr euch dabei ich meine sie ist ja nun wirklich eine eigentlich der ersten quests die man bekommt also ich habe es lange hinausgezögert in anführungszeichen mit ihr eine quest zu machen weil sie immer am schlafen war komischerweise wenn ich aufgenommen habe jetzt mittlerweile bin ich hin und wieder auch mal tagsüber am aufnehmen aber heftig vor allem 30 eisenbach und wie soll man das bitte alles machen wenn man noch gar nicht die möglichkeit hat so viel zu farmen also noch gar nicht so lange gespielt hatten alles 200 lehm ich meine ich habe jetzt glücklicherweise habe ich alles bis auf das gar nicht doch mal hier durch habe ich alles bis auf die eisenbarren was mir jetzt ein bisschen sorgen macht weil ich glaube ich habe zwar so ein bisschen habe ich noch geholt aber das war jetzt nicht besonders viel ehrlich gesagt und das macht mir jetzt gerade sehr sehr große sorgen weil ich nicht weiß wie lange das jetzt dauert um hier also ja ein eisenbarren kann ich nur herstellen super ich meine immerhin sind wir ein eisenbarren weiter so 1 von 30 ihr könnt mich doch echt mal also ja es tut mir leid gerade die folge begonnen und schon muss ich also nicht abmoderieren aber schon muss ich sagen ich muss leider hier einen kleinen cut machen und muss erstmal schauen dass ich den ganzen kram überhaupt bekomme ich habe wahnsinnig glück dass ich so viel so 100 steine sogar das sind wahrscheinlich alle die ich habe weil ich hatte ja ganz ganz viele steine gesammelt damit ich trugen machen kann steine und holz aber irgendwie in jeder zweiten quest brauchte ich dann dieses blöde holz und da habe ich jetzt auch fast nichts mehr von übrig ein glück dass ich jetzt hier hartholz brauche also wahrscheinlich mache ich jetzt eine rustikale turmuhr und die darf ich dann danach noch nicht mal mehr sehen weil die dann wieder weggenommen wird nach irgendeinem foto oder sowas ja 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 mini da kannst du so da stehen das ist das ist wirklich grausam was du hier gerade mit mir machst ganz ehrlich ja also es tut mir wirklich leid ich mache hier erstmal einen kleinen cut guckt dass ich irgendwie ich habe keine ahnung wie die eisenbarren zusammen bekomme das schlimme ist ja man braucht fünf eisen eisen erz für einen barren könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen 30 mal 5 das wird eine ganze weile leider dauern ich weiß auch nicht ob ich es heute schaffe wahrscheinlich nicht kann ich das dann frühestens morgen oder übermorgen machen weil es bornt natürlich auch nicht so schnell neu ja lange rede kurzer sinn wir sehen uns gleich wieder so dann hoffen wir mal dass ich jetzt endlich ja oh mein gott ich habe es geschafft ich habe endlich alle eisenbarren dann kann ich das ja auch schon mal weg tun ich habe nur knapp eine stunde anderthalb jetzt dafür gebraucht du hast alles zusammengetragen jetzt musst du nur noch die rustikale turmohr bauen und einen platz dafür finden hoffentlich lassen wir die dann wenigstens auch stehen so rustikale turmohr die ich in meinem leben nie wieder bauen werde das weiß ich jetzt schon ähm der sieht ja wie sieht der aus das ist jetzt eine gute frage ich meine ein uhrenturm sollte ja eigentlich irgendwo im zentrum stehen würde ich normalerweise sagen ähm es verdirbt aber so ein bisschen den blick wenn wir den jetzt hier hinstellen oder ich bin mir nicht sicher ich weiß natürlich jetzt auch nicht wie groß das ganze ist ja doch ist doch was ach der ist ja gar nicht so groß ich dachte das wäre jetzt so ein richtiger großer ohrenturm ja dann könnte man den im prinzip überall hinstellen ähm ja bei bass das ist so ein bisschen blöd weil ich möchte jetzt nicht bei den leuten selber was rein stellen aber das sollte schon aber das sollte schon moment der geht von mehreren seiten ne ja genau das sieht alles gleich aus ich würde sagen dass wir das irgendwie hier so drauf stellen sieht vielleicht ein bisschen doof aus hier aber ich lass den jetzt erstmal da ich meine ich werde das ganze ja eh noch verschönern so kehre zu mini zurück aber der ist wirklich klein irgendwie finde ich ja du hast eine großartige arbeit geleistet gameplayerin die rustikale turmuhr sieht so gut wie neu aus elegant aber auch nützlich wenn ich sehe wie du so viele nützliche dinge tust erinnert mich das an den club der fröhlichen freunde was ist der club der fröhlichen was ist der club der fröhlichen freunde ich weiß nicht mehr genau wer im club war aber ich weiß dass wir dafür gesorgt haben dass jeder der jeder im dorf das bekam was er brauchte wenn es den club heute noch geben würde würde ich dich als präsidenten vorschlagen oh bevor ich jetzt vergesse ich habe diese kleidung als kleines dankeschön für deine arbeit gemacht ein hut okay ja sowas habe ich zwar schon aber ich hoffe sie gefällt dir ja sichern alle achso ich wollte gerade sagen es muss doch noch weiter gehen hier wuhu gameplayerin ich habe über all die wunderbare arbeit nachgedacht die du geleistet hast das ist sehr nett von dir aber ich glaube du könntest etwas hilfe gebrauchen ich denke es ist an der zeit den club der fröhlichen freunde wieder zu gründen ähm ja habe ich zwar schon gefragt aber okay was ist der club der fröhlichen freunde oh ich dachte ich hätte es schon erwähnt ja vor noch nicht mal einer minute der club bestand aus seiner gruppe von dorfbewohnern wir sorgten dafür dass jeder im dorf das bekam was er brauchte es war so ähnlich wie das was du tust vor dem vergessen haben wir geheime treffen im sumpf abgehalten normalerweise haben wir diese geheimen treffen abgehalten um überraschungspartys zu planen wir hatten sogar unsere eigenen banner hm ich frage mich ob davor noch etwas übrig ist das hört sich nicht gut an das hört sich irgendwie danach an als ob ich irgendwie viel viel bauen muss ich suche die lichtung des vertrauens nach einem lange verschollenen banner ja okay hallo merlin geh doch mal zur seite vielleicht haben wir das banner ja irgendwo im holst liegen nein das sammle ich nur so mal kurz auf die muss ich auch mal kurz aufsammeln weil das ne die sind ja immer alle schnell weg die sachen hier ich weiß auch nicht ob ich das jetzt ausbuddeln muss eventuell ah nee offenbar nicht was ist das perfekt hallo gameplayerin oh was hast du denn da es ist ziemlich beschädigt aber es ist das banner und drauf steht fröhlichen freunde oh natürlich das ist das banner des klubs von dem ich dir erzählt habe ich habe mich umgehört aber ich konnte keine weitere mitglieder des klubs finden dann müssen wir eben wieder von vorne anfangen nun wir hatten ein sprichwort im klub sorg immer dafür dass dreamlight valley ein glücklicher und schöner ort ist ich glaube anna und wo die haben sich das ausgedacht wir sollten das banner für sie reparieren mal sehen wir müssen einen neuen roten farbstoff herstellen und etwas stoff und gold klumpen sammeln als nächstes gilt es neue mitglieder zu gewinnen anna und wo die waren früher im klub ich schaue mal ob sie hier sind und natürlich solltest du auch ein offizielles mitglied sein gameplayerin eigentlich solltest du der präsident sein würdest du etwas ausmachen wenn wir unser erstes treffen in deinem haus abhalten naja es ist vielleicht ein bisschen unordentlich aber überhaupt nicht wunderbar ich werde die anderen mitglieder informieren und wir treffen uns bei dir zu hause es kann eine weile dauern also solltest du zeit haben das banner zu reparieren und es aufzuhängen alle im klub willkommen zu heißen ja das heißt wir müssen wieder unheimlich viel haben ja wusste ich doch stoff wobei stoff ist glaube ich aus wolle ne das heißt das kriegen wir gut hin weil ich habe aus versehen ein bisschen zu viel wolle angepflanzt und abgeerntet in der quest ich glaube in zwei folgen oder drei folgen vorher so wir brauchen noch viermal stoff und einmal roten farbstoff ich glaube dafür brauchte ich blumen ja das war wieder klar also viermal stoff erstmal und den roten farbstoff achso da brauche ich ein leeres fläschchen für habe ich denn nicht hier noch eins drin moment ne flasche mit eisigem wasser ah ok ja gut da müssen wir halt mal eben neues machen ist ja nicht so dramatisch so glas roter farbstoff granat braucht man dafür ach du schande tintenfisch kriegt man ja noch aber granat so achso ja fertige das banner an das müssen wir natürlich auch noch machen ähm so und das mini steht die ganze zeit im hintergrund macht das wahrscheinlich alles so telepathisch dass sie dann die anderen leute da äh anspricht dass sie dann auch mit kommen sollen geh in dein haus ich dachte ich soll ein banner aufhängen soll ich das drin machen platziere das banner des klubs der fröhlichen freunde an einen schönen ort in deinem haus deiner wahl nehmen wir doch die weihnachtsetage machen wir hier das banner hin ähm ich habe ja gar keinen platz ähm ja ja würde ich sagen wenn das geht dann machen wir das dahin ich hoffe das backt jetzt nicht so moment 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 mehr kommt hier nicht ne nein komm dreh dich ich will auch ich will auch wo die drauf haben ja genau das ist gut so speichern wir ja wir können noch einmal vielleicht noch mal so ein zweites foto machen so ja ist nicht viel besser aber egal das ist nur damit ich ein bisschen was so zur auswahl habe juhu ich wusste es das banner ist wieder weg und niemand hat was davon gehabt ja oh das hat so viel spaß gemacht es war toll alle wieder zu sehen danke dass du das banner gefunden hast und dass wir dein haus nutzen durften und naja danke einfach für alles du bist eine wunderbare freundin gameplayerin ich möchte dir das hier geben und ich möchte dass du weißt dass ich nie vergessen werde was du für mich getan hast ich werde alles in meiner macht stehende tun um so etwas wichtiges nie wieder zu vergessen das ist die stufe 10 belohnung bitte besuche mich wann immer du willst ja geil das heißt wir haben mini jetzt abgeschlossen auf der einen seite geil auf der anderen seite auch ein bisschen schade weil wir haben jetzt 13 minuten aufgenommen ja und sind quasi fertig wir haben jetzt gar keine aufgabe mehr weil wo die noch nicht ausgelevelt ist den kann ich zwar jetzt ausleveln das problem ist nur hier habe ich noch ein paar sachen die ich annehmen kann sich gerade freundschaft zack so ich habe zwar nicht so viel aber die neuen bereiche dürfen gerne kommen ich weiß dass ich glaube sind der rilla bald geplant war also bald geplant im sinne von dass die jetzt bald raus kommen wohl und da war noch ein paar andere sachen dabei könig der löwen glaube ich hatten sie noch gezeigt dass das mit eins der nächsten sein sollte und irgendwas was irgendwie keine sau kennt das war so ich weiß nicht was das darstellen sollte so ein alien oder so keine ahnung also der sollte auf jeden fall oben zum vergessenen tal gehören damit wir hoffentlich endlich diese dämlichen flammen da wegbekommen damit man da auch was vernünftiges bauen kann ja ist jetzt ein bisschen schade ehrlich gesagt ich würde gerne noch so viel mit euch machen aber ich habe natürlich jetzt gerade aktuell nichts was ich jetzt mit euch machen könnte und es ist auch ziemlich langweilig wenn ihr jetzt mit mir mitkommt während ich hier die ganzen sachen einsammel wobei ich mich da echt mal drum kümmern muss sehe ich gerade weil hier nämlich auch schon wieder überall holz rumliegt und das sind hier alles so sachen worum geht es hier uff wird dieses gequäke jemals aufhören also irgendwas hat Donald gerade gesagt ich bin hungrig ja dann beiß doch einfach in seinen hintern rein der fällt ja so viel zu eieieie es wird wieder laut bei uns im hintergrund ja es tut mir leid dass diese folge jetzt wirklich so kurz ist ja genau dich muss ich auch noch dich muss ich auch noch leveln moment buddi stopp bleib stehen sitz platz aus bleib hier sooo ich habe was für dich achso ja genau ach ne das waren die teuren sachen den konnte ich heute gar nicht leveln genau lass uns abhängen so damit ja das ist toll danke also verzeiht mir meine tonlage jedes mal wenn ich mini vorgelesen habe das was ihr vielleicht raushören konntet dass ich nicht nur meine stimme nach sehr hoch verstellt habe sondern dass es auch immer so ein bisschen heiser geklungen hat dass es einfach dem geschuldet ja dass es meinem hals im moment nicht ganz so gut geht schätzt mal ich habe wieder irgendein virus mitgenommen oder so ich weiß es nicht dann ist es ja meistens also wenn es normaler erkältungsvirus ist es ja meistens dass es irgendwo im nasen rachen bereich im prinzipien nur fest hängt also es geht ich kenne niemanden sagen wir es mal so bei dem es wirklich in den körper reingeht normalerweise hängt es tatsächlich im hals rachen bereich fest und ja dank meines super tollen gehen defekt ist beziehungsweise defekt im immunsystem ist das bei mir immer ein bisschen heftiger das heißt ich glaube nicht dass ich bald die stimme verlieren werde ich bin auch schon wieder fleißig honig annehmen aber die hohen töne kriege ich im moment nicht hin das heißt wenn ich irgendwann total begeistert sein sollte und anfangen sollte zu singen und meine stimme in irgendein let's play plötzlich abbricht dann tut es mir wirklich leid dann hängt es gerade nur mit meinem hals zusammen ja aber lange rede kurzer sinn ich möchte mich jetzt hier nicht um kopf und kragen reden ich habe jetzt heute noch ein bisschen zeit naja eine halbe stunde viel mehr habe ich eigentlich auch nicht um hier vielleicht mal alles ein bisschen zu verschönern wie gesagt ich werde woody auf jeden fall jetzt erst noch leveln ich glaube dann habe ich wahrscheinlich keine zeit mehr weil das wird jetzt über eine halbe stunde wieder dauern und dann haben wir noch eine folge die wir dann noch mit woody machen können also in der hoffnung dass wir dann mit ihm abschließen und ja dann müssen wir leider leider erstmal pause machen aber ich glaube euch wird das gar nicht so wirklich auffallen weil ab donnerstag diesen donnerstag also übermorgen soll das neue disney update nämlich eingespielt werden und ich glaube ich habe noch so zwei tage etwa im vorlauf meine aufnahmen vielleicht sogar drei tage dann sollte das eigentlich nahtlos übergehen ich hatte auch schon einen kommentar dazu gemacht in dem community tab für alle ja die es interessiert die gerne disney gucken und da könnt ihr auch gerne immer mal wieder reinschauen wenn ihr keine nachrichten bekommt könnt es vielleicht daran liegen dass ihr die klingel nicht gedrückt habt bei mir auf dem channel das ist immer ein ganz wichtiger hinweis wenn ihr von irgendwas wirklich die videos sehen möchtet mehr davon sehen möchtet immer schön die klingel drücken weil nur dann werden sie euch auch wirklich definitiv angezeigt alles andere ja ist einfach systemgesteuert von youtube wie gerade schon gesagt lange rede kurzer sinn ich mache jetzt hier einen cut und ja wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn wo die soweit bereit ist bis zur nächsten folge ciao vielen dank für dein like wenn du mehr davon sehen möchtest darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal intagesung bei j